Es ist schon eine ganze Weile her, seit ihr von uns das letzte Mal gehört habt. Mittsommer ist immer eine wunderschöne Zeit hier im Westen Irlands. Aber dieses Jahr hat er uns auch ganz Schreckliches gebracht. Sam, Tims Sohn und seit 25 Jahren auch mein Stiefsohn, ist unerwartet ums Leben gekommen. Das war ein riesiger Schock für uns und wir sind unendlich traurig und mussten erst mal eine Auszeit vom Filmemachen nehmen. Es fühlte sich seltsam an, dass dennoch alle Blumen so hübsch blühten und die Sonne strahlte und die Bienen froh gemuts summten. Aber natürlich geht der Lauf der Dinge trotz persönlicher schlimmer Vorfälle weiter. Denn wir sind ja nur Mitreisende durch Raum und Zeit auf dieser Welt, die sowohl schrecklich tragische als auch wunderschöne Dinge für uns bereithält. Wir wollen deswegen zum Videomachen zurückkehren, weil es uns auch Freude bereitet, die schönen Dinge in unserem Leben mit euch zu teilen. Zurzeit geht es den Bienen hier so richtig gut, mit weißem Klee und Brombeerblüten zum Schlemmen. Die Hecken sind voll mit leckeren Blüten für allerlei Insekten. Aber wo sind die nur alle? Es summt heutzutage sehr leise hier. Das Gras wächst dieses Jahr ganz prima. Das bereitet nicht nur mir eine Freude, sondern auch die Pferde sind glücklich. Nach einer Nacht auf den Wiesen kommen sie aber auch gerne wieder zurück in den Hof, erfrischt und arbeitsfreudig. Sie haben uns dieses Jahr wieder beim Aufhäufeln der Kartoffeln geholfen. Diese Arbeit ist für dieses Jahr wieder abgeschlossen, da die Pflanzen jetzt zu groß sind und es heißt jetzt nur noch abwarten bis zur Erntezeit im September. Hier wurde es dieses Jahr im Juni ganz plötzlich sehr heiß und die Schafe mussten dringend zum Friseur. Gar nicht so einfach mit dem Scheren, wenn noch vier der Lämmer von Harriet trinken wollen. Die Wolle hat keine tolle Verkaufsqualität, daher ist es nicht so schlimm, wenn sie nicht als Ganzes und nicht in gleich langen Stücken geschert wird. Nach und nach ging die Wolle ab und Harriet fühlt sich jetzt sicher um vieles wohler. Ich verkaufe dieses Jahr die weiblichen Lämmer in die Zucht, deswegen wollte ich sie wiegen. Dies ist eigentlich eine ganz einfache Methode. Wenn ich nur ein größeres Stück Sack gewählt hätte und das Lamm etwas besser stillhalten würde. Schön! 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 Oh, häng an! Äh! Ach! Okay! So, so, eine Dottie ist 22. Die meisten Vögel hatten inzwischen ihre Jungen. Wir haben immer viele Stauerfamilien, die unterm Dach nisten. Aber auch Rotkehlchen, Zaunkönige und Spatzen, die unser Haus als ihr temporäres Familienheim wählen. Es gibt dieses Jahr nur wenige Schwalben hier. Und dann ist da auch noch ein Falke, der ihnen und ihren Jungen zu schaffen macht. Wenn ich mal eine Pause brauche von allem, was im Leben so los ist, sind lange Ausritte mit Pferden und Hund immer ganz toll, um Gedanken zu wälzen und den Kopf klar zu kriegen. Das Getragenwerden, das Klappern der Hufe, der frische Atlantikwind im Gesicht, das alles hilft, dunkle Gedanken und Stress wegzublasen. Ich zähle mich sehr glücklich, dass ich das machen kann und es funktioniert garantiert immer. Wir haben neulich diese Schachtel vom Markt mit zurückgebracht. Den Anweisungen auf der Schachtel folgen wir mal lieber nicht, denn die sind ja nicht für unseren Inhalt gedacht. Judy. Alles Gute, kleine Ämtchen. Wir hoffen, ihr lebt euch gut ein. Es ist sehr, sehr schön, entspannend, wenn ich von meinem Schreibtisch aus diesen Ausblick genießen kann. Auf unser Grasdach hinaus, das wundervoll blüht. Und wir bekommen allerlei Besucher, wie diese Goldfinken. Eines Tages neulich wurde uns ein riesiger Haufen Holzhäcksel geliefert. Der Laster war zu groß, um bei uns auf den Hof zu kommen. So wurde alles bei einem Bauunternehmer vor Ort umgeladen und auf kleineren Lastern hierher geliefert. Da kam es gut, dass wir unseren neuen Eingang mit Zugangsstraße fertiggestellt hatten. Dann mussten die Häcksel auf dem neuen Reitplatz verteilt werden. Aber soviel ich auch gerecht habe, man sah eigentlich keinen Unterschied. Daher nahm ich mir Flora und die Wiesenschleppe zur Hilfe. Hat auch nicht viel angerichtet. Trudi hat angeboten zu helfen, aber sie war schon bald müde. Am Ende kam unser Freund Jab und hat mit Tim mit seinem kleinen Traktor alles verteilt. Vielen Dank! Henry scheint den neuen Platz wohl zu mögen. Was meint ihr? Jetzt brauchen wir nur noch Tore und eine Umzäunung.